Wie Gott uns schuf. Wie hat Gott uns geschaffen? Und warum hat Gott uns so geschaffen? Das sind kluge Fragen. Aber wir müssen sagen, wir wissen es nicht. Wie Gott uns schuf. Wir könnten sagen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er hat am Anfang die kosmischen Gesetze geschaffen. Hat vielleicht danach das Gesetz der Evolution irgendwo in Gang gesetzt. Und so hat Gott uns geschaffen, indem er die Grundlagen gelegt hat, dass es uns gibt. Vielleicht hat Gott zwischendurch eingegriffen. Vielleicht hat Gott zwischendurch der Evolution Sprünge gegeben. Alles Möglichkeiten. Wir wissen es nicht. Denn es gibt so viele Mythen der Völker. So hat er Adam und Eva geschaffen. Eva aus einer Rippe von Adam. Oder in anderen Traditionen hat Gott eine Lehmfigur gemacht und ihr den Atem eingehaucht. Und so gibt es viele Mythen der Völker, wie Gott uns schuf. Wir könnten aber auch sagen, Gott schuf uns nach seinem Bilde. Nach seinem Bilde schuf er uns. Was heißt das? Gott hat die ganze Welt als seinen physischen Körper, die physische Welt. Gott hat die ganze Feinstoffwelt als seinen Astralkörper, den Geist Gottes. Und Gott hat das reine Bewusstsein. Wie Gott uns schuf nach seinem Bilde. Wir haben einen physischen Körper, wie Gott. Wir haben einen Astralkörper, einen Geist, eine Psyche, wie Gott. Und wir sind tief im Inneren reines Bewusstsein, wie Gott. In diesem Sinne, wie Gott uns schuf, eben nach seinem Bilde. Was meinst du dazu? Was willst du ergänzen? Wie hat uns Gott geschaffen? Was macht Menschsein aus? Wie hat Gott uns geschaffen? Schreib das doch in den Kommentaren zu dieser Sendung. Sei es auf YouTube, sei es auf Facebook oder wo auch immer du auf dieses Video, dieses Audio stößt. Danke.